Das große Band Mitarbeitergespräche Untertitelung im Auftrag des ZDF Das war schon immer so, dass ich heute schon immer noch nicht in den Rüsten verlauere. Ich habe schon immer noch die Liebesgeld, wenn wir schon da sind, wo ich noch ein bisschen geschnitten habe. Ich habe schon immer die Lohrenreiter, dass wir da sind, dass wir da sind. Also, dass wir da sind, wo ich schon alles gemacht habe. Da haben wir noch viel geschnitten, dass wir da sind. Und ich habe schon gedacht, dass wir da sind, dass wir da sind, dass wir da sind. Ah, das ist noch ein Achtung! Untertitelung des ZDF, 2020